Im Mozart in Amstetten feierte die Fünfer-Session Halbzeit, denn das dritte Konzert dieser Reihe stand mit Cherry and the Cake auf dem Programm. Das freut mich sehr, dass das kleine Kulturprogramm so gut angenommen wird in Zeiten von Corona. Es ist ja gar nicht so einfach. Die Abstände werden eingehalten, die Zuschauer sind sehr, sehr diszipliniert. Und es tut gut, auf die eine oder andere Kulturveranstaltung wieder gehen zu können. Fünf verschiedene Konzerte an fünf verschiedenen Locations. Das ist der Leitfaden des Konzeptes. Die Bühne samt Publikumsbereich und Bar von Mozart vermitteln ein Gefühl von... Wohnzimmer-Atmosphäre, so kann man das bezeichnen. Dieses ehemalige Kino hat meiner Meinung nach nicht nur eine ausgezeichnete Akustik, sondern auch wirklich ein ganz tolles Ambiente. Und zu diesem Ambiente passt die Band Cherry and the Cake wie die Faust aufs Auge. Also ist es an der Zeit, die Musiker hinter der Band vor den Vorhang zu holen. Wir sind die Band Cherry and the Cake. Wir machen seit 2015 gemeinsam Musik. Ich und die Sophie haben angefangen Lieder zu schreiben und haben jetzt länger eigentlich immer nur so vereinzelt Gigs gehabt. Und jetzt sind wir eigentlich auf der großen Bühne im Mozart und haben uns dazu Musiker geholt. Den Simon Schnürzer am Akkordeon, am Schlagzeug den Dominik Mehrhofer und am Bass den Michael Stöger. Und mit der Formation treten wir heute auf. Zu fünft ergibt die Gruppe ein gefühlvolles und musikalisch perfektes Gesamtpaket. Normalerweise übt sich die Band als Duo, nur wer kann schon zu den renommiertesten Musikern aus Amstetten Nein sagen. Die Songs stammen übrigens alle aus der Feder der Bandgründer. Der Uli und ich, wir schreiben beide selbst die Songs. Das ist leicht, also den Unterschied erkennt man leicht, alles was auf dem Mundart geschrieben ist, ist von mir. Alles was Englisch ist, ist vom Uli. Genau, und von der Musikrichtung her ist zwischen Indie, Jazz und Folk und ein bisschen Latin, genau. Und musikalisch geht es gewährdurch die Bank und es sind langsame Nummern, es sind schnellere Nummern. Es ist sehr verschieden, sehr das Programm. Die Fünfer-Session bietet also fünf Bands eine abwechslungsreiche Bühne. Genauso abwechslungsreich sollten die Musiker sein. Und das sind sie auch. Die Auswahl der fünf Bands ist mit der Kulturabteilung und auch in Kooperation mit der Amstetten Marketing GSMBH passiert. Da bin ich vor allem in erster Linie der Elke Strauß und auch dem Georg Trimml sehr dankbar. Wir haben da sehr eng kooperiert und so sind die Bands zustande gekommen. Wir haben da auch viele junge Partien angesprochen oder viele junge Musiker und Musikerinnen. Hilft uns, macht miteinander was. Wir wollten wirklich eine breite Palette an Musikern zustande bringen. Und ich glaube, dass uns das wirklich ganz gut gelungen ist. Mit Sicherheit. Die Auswahl war vermutlich doch sehr schwer, da es in Amstetten so viele großartige Bands gibt, manche davon schon seit einigen Jahrzehnten. Und jährlich kommen neue dazu. Amstetten kann sich da meiner Meinung nach wirklich sehr glücklich schätzen. Es gibt eine ganz große Palette an Musikerinnen und Musikern, die wirklich hervorragend musizieren. Da hilft nicht nur die Musikschule, die alle musikalischen Stilrichtungen unterstützt, mit. Also es gibt wirklich teilweise junge Musikerinnen und Musiker, die auch schon von Wien aus einem Musikstudium herauskommen. Und zu meinen Studienzeiten war es so, da war Wien natürlich die große Szene, Krems hat eine tolle Szene gehabt. Und ich glaube, es ist momentan so, dass das wirklich noch Amstetten kommt. Und wir können uns glücklich und froh schätzen. Also wir haben top, top Leute. Und das macht mich stolz und freut mich. Musikalisch langweilig wird es in Amstetten also ganz bestimmt nicht. Wer übrigens noch mehr von Cherry and the Cake hören und sehen möchte, sollte unbedingt auf YouTube und Facebook vorbeischauen.